Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Fortnite hier auf meinem Kanal. Und wir zocken heute die Map-Veränderung, also gerade eben bei Updates. Wir zocken das Ganze noch ein bisschen. Äh, ja. Und ich rede jetzt direkt mal Müllort. Jetzt weiß ich grad ein Video, schlag nach mir, und dann geht's damit um. Und nicht hier ist so. Nein, 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 nein. Kindert. Ihr bekommt man hier mehr Schaden als... Das bringt ja gar nichts. Geil, das haben wir mit Deagle, ey. Aber keine Pump. direkt zu den flugzeugen gehen leute ich weiß jetzt warum habe ich mein herz so komisch auch ich weiß nicht ob die mehr veränderung ganz groß waren der blog kann neu sein es kann alles neu sein es kann sein dass polark jetzt in ganz offenes hier kann man kann hat muss man ist nämlich auch direkt sofort mehr als aufgabe werde ich euch natürlich immer auf dem laufenden halten war laufgaben zu nein das heißt gar nicht vor der bett das heißt eisturm herausforderung günster name ever ich gucke jetzt mal ein bisschen über die karte was sich so verändert hat äh färten vieles sieht eigentlich nicht krass aus hier alles lazy so ein johr klar krass wie man ja gucken weil ich hier in der tue ist das ist alles ein bisschen lustig und das kann das nicht warum connecten schüsse gar nicht So behindert, jetzt sind hinter mir wieder. Ich sag dir, wenn er mich jetzt killt, Alter. Ähm, gehen wir noch hin, Tilted, sieht jetzt nicht so krass aus, die Block ist auch noch gleich. Wir sind halt low life. Die Zone kommt jetzt auch, wo das Safecore schon gelohnt wird. Ich find's immer komisch, hier kämmt Safecore einer zu. Jetzt brauchen wir ne Pumpgun. Wo ist der nächste Spawner? So wieder so'n Scheiß-Night-Palter. Falls ihr euch fragt, warum ich immer alle Leiter springe. Fuck. Jetzt bitte nicht abhauen. Oh ne, nicht so'n Spacko, ey. Jetzt will er schon das 1v1 und dann muss er so Pussy machen. Kann natürlich wieder nix treffen. Wo ist er? Hat er... Wo ist er? Da hinten. Ich hab gar keinen Loot, Alter. Keine Money. Typ haut komplett ab. Magma auch ist Loob, aber wir haben kein Aiming dafür. Treffen gar nix. Er bewegt sich nicht, aber trotzdem. Was ist denn los? Das war Schwitzsache, Chromie. Das andere... Oh, geil. Viele Munis, Alter. Aber jetzt haben wir wieder keine Money. Immer irgendwas ist bei mir immer. Deswegen... Wir haben immer noch keine Pumpgun. Alter! Jetzt haben wir soviel Lüternehmen verbraucht. Lass mal den Spawnpunkt angreifen. Warte. Oh, das soviel Schaden macht. Ja, moin. Wie viele Muster sind. Warum haben die so viel Leben? Was für die Yoshi ist? Was für die Sorte ist? Was für die Sorte? Du bist in der Spiel. Was für die Sorte ist. Soviel Euhelt. es fakt ab wisst ihr wie viel money wir gerade verbraucht an so einem typ und wisst ihr wie krank das dann wird im endgame leute ich will ich will mir nicht ich will das eigentlich gar nicht wissen warum kommt jetzt schon wieder packt ab hatte wenigstens keine mats ja genau leute Was ist das? Was ist das für ein Hurensohn, Alter, so ein Hurensohn. Wisst ihr, wie gut wir gespielt haben? So was ist Legal Aim und er nimmt mir die Erde. Lass einfach nochmal eine neue Runde gehen. Jetzt lassen wir bei Polar. Wie viel Uhr ist eigentlich schon wieder? 20.35 Uhr, gönnt euch. Bis zum nächsten Mal. 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 Leute, das ist schon wieder so typisch. Aber das war schon das größte Glück der Welt. Ich hab noch nie so viel Glück gehabt. Was man hier runtergehen? Ja, er checkt's auch. Leute, ey, wenn das jetzt so mein Abonnent von mir wäre, dann wäre richtig geil, Alter. Hey, du! Vergiss nicht, meinen YouTube-Channel zu abonnieren. Du willst mich doch gucken, oder? Du willst hier 30 Euro gewinnen. Das ist doch so. Können wir uns direkt auch mal die Drachen? Na ja. Ah, guck, ich werd den natürlich adden. Oder halt ein Bild von dem... Also, Digga, ich werd den adden. Oh, ich liebe die Massen sortieren. Oh, ich liebe die Massen nicht, oder? Oh, ich liebe die Massen! ich werde ihn dazu zwingen mich zu killen weil ich ihn sonst kill oder weil ich sonst sterb weil ich will ihn hätten wartet mal leute oder ich gehe ich mache einfach leute falls ihr es gleich ich werde gleich ein screenshot er ist gut wir haben hier guten tippmals freut leute habt ihr das eben gesehen wir werden uns dann mit den giften er kommt ja er hat aber auch direkt gecheckt dass wir geil sein oder jetzt hätten wir mal hier ein paar E-Mote Wait 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 Okay. Oh Mann, Rico, ich will ihn nicht killen. Danke. Er ist schon geil. Leute, aber damit beenden wir das Video. Haut rein, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Ciao.